Willkommen zu einer weiteren Folge Projektmanagement on Demand, deinem Tutorial-Podcast für Projektmanagement. Egal, ob du Einsteiger bist oder schon ein wenig Projektmanagement-Erfahrung hast, hier findest du auf jeden Fall super viele nützliche Informationen, Inspiration und vor allem Dinge, die du direkt an die Hand bekommst für dich und deine Projekte. Hier erfährst du Folge für Folge, Thema für Thema, worauf es im Projekt ankommt, wie Projektmanagement richtig Spaß machen kann und wie du andere in deinem Team dafür begeisterst. Mein Name ist Chris Schiebel. Ich habe mittlerweile über 15 Jahre Projektmanagement-Erfahrung aus den verschiedensten Branchen und auf zwei Kontinenten sammeln können und heute bin ich als Trainer, Coach und auch Berater im Bereich Projektmanagement unterwegs. Dabei unterstütze ich Unternehmen genau wie Einzelpersonen, wie sie bessere und vor allem zeitgemäße Wege finden, erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Supercool! Du bist auch bei Teil 2 der Doppelfolge zum gesunden Umgang mit Dauerstress im Projekt dabei. Darin beantworten wir, wie angekündigt, folgende zwei Kernfragen, nämlich wie du in stressigen Projekten den Fokus für die Dinge behältst, die dir wichtig sind und wie du auch künftigen Herausforderungen mit mehr Gelassenheit begegnest. Ohne Umschweife gehen wir in Teil 2 der Lösung. Das ist die notwendige Veränderung und Anpassungsleistung auf die neue Situation deinerseits. Teil 1, du erinnerst dich, war die Einsicht. Wenn du Folge 20 verpasst hast, beginne gerne mit der und kehre dann im Anschluss zu dieser hier zurück. Denn die beiden Folgen gehören zusammen und versprühen in der richtigen Reihenfolge erst so richtig ihre Magie. In meinen Augen ist die Brücke von Schritt 1 der Einsicht zu Schritt 2 der Veränderung, dass du dich öffnest und deine eigenen Erfahrungen und Stressempfindungen teilst. Beispielsweise mit deinem Projektteam oder auch Vertrauten und Verbündeten. Mit noch viel höherer Wahrscheinlichkeit, also höher, als wärst du auf dich selbst allein gestellt, gelingt es dir dann nämlich, einen schöpferischen Umgang mit der Stresssituation und Komplexität der Lage zu finden. Womit wir bei Riemanns vierte Handlungsoption sind. Die Dinge versuchen, deinen eigenen Wünschen entsprechend zu verändern. Jetzt also gehen wir mit dieser Folge den Wandel aktiv an und legen den Grundstein für die notwendigen Veränderungen. Was sich hier als Methode ganz hervorragend eignet, ist die Arbeit mit der persönlichen Affektbilanz. Diese fußt auf dem Züricher Ressourcenmodell und benutze ich sehr gerne in Anlehnung an die Mottozielmethode aus dem Buch Professionell coachen. Wie du wahrscheinlich weißt, habe auch ich eine Ausbildung zum Business Coach und eine Akkreditierung zum systemischen Coach und schenke dir jetzt einfach mit der Folge die Abkürzung und bitte dich, lediglich Zettel und Stift bereitzulegen. Denn am besten machst du hier gleich von Beginn weg mit. Dann kannst du das Ergebnis direkt mit in dein Projekt nehmen. Bevor wir mit der eigentlichen Affektbilanz starten, formulierst du zunächst ein Ziel, das du erreichen möchtest. Beispielsweise könnte das so lauten. Künftig achte ich darauf, den Stress nicht permanent in mir anzustauen, sondern lasse regelmäßig Dampf ab. Drück gerne kurz auf Pause und notiere dein eigenes persönliches Ziel für dein Projekt. Hast du das Ziel formuliert, stellst du dir nun genau zwei Fragen. Und das wird deine persönliche Affektbilanz. Frage Nummer 1. Auf einer Skala von 0 bis 100, wie viel negative Assoziationen löst das Ziel, also genau so, wie du es hingeschrieben hast, bei dir aus? Schau dir das gerne mal genau an, Wort für Wort. Ich bleibe hier mal bei dem Beispiel, das ich gerade eben aufgebracht habe und merke, dass die Wendung Dampf ablassen bei mir ad hoc negative Bilder auslöst. Weil sich vor meinem inneren Auge Szenen abspielen, wo wir im Team einander anschreien und ins Gehege kommen. Das ist eine klare negative Assoziation. Und jetzt gilt es, das Ziel umzuformulieren. Regelmäßig Dampf ablassen ersetze ich vielleicht dann am besten mit regelmäßig Me-Time machen. Das bedeutet, du planst Zeit nur für dich ein, in der du deine Maniana-Kompetenz trainierst. Keine Ahnung, was Maniana-Kompetenz sein soll? Okay, spätestens jetzt solltest du tatsächlich in Teil 1, also Folge 20, hineinhören. Ich gehe ab hier also mal davon aus, dass du Folge 20 kennst und fahre fort. Mit einem weiteren Beispiel. Ein anderes Ziel, vielleicht mit mehr Projektbezug, könnte lauten, dass du darauf hinsteuerst, dass das gesamte Team und der Auftraggeber für den Zeitplan verantwortlich sind. Nicht nur du alleine. Nun könnte auch das negative Assoziation auslösen. Beispielsweise, wenn das Ziel nicht konkret genug ist und dir nichts darüber sagt, wie du es genau anpacken und umsetzen kannst. Dann erscheint es dir wenig realistisch bis unlösbar. In diesem Fall könntest du das Ziel einfach ergänzen. Beispielsweise mit einer Formulierung wie Jetzt gilt es, gemeinsam im Team einen Standard für den Zeitplan zu schaffen, mit dem alle arbeiten und auf den alle permanent Zugriff haben. Du hast den Sinn der Übung komplett verstanden. Negativ Assoziation mit dem Ziel? Es darf keine geben. Gibt es doch welche, formulierst du das Ziel weiter um und verleihst ihm eine affirmative, positive Wendung. Frage Nummer 2 mit Bezug auf dein Ziel lautet nun Auf einer Skala, wieder von 0 bis 100, wie attraktiv ist das Ziel? Attraktiv im Sinne von anziehend. Zeichne dir gerne die beiden Skalen auf, wenn du es nicht ohnehin schon gemacht hast. Um beim Projektbeispiel zu bleiben und dem Ziel, was wir da formuliert haben, dort heißt es, es sind alle verantwortlich, würde ich sagen, das klingt nach Agilität und einem wahrlich autonomen Projektteam. Mir gefällt das und ist zeitgemäß und attraktiv. Das ist schon mal super. Zeitplan hingegen, das klingt eher altbacken und kann in meinen Augen ruhig noch eine Portion New Work vertragen. Es braucht also einen coolen Namen und eine ganz konkrete Aussage, wiederformulierst du das Ziel einfach um. Sagen wir, der Zeitplan heißt nun Masterplan zur Realisierung der festgelegten Etappenziele. Du siehst, welchen Twist wir hier machen. Du verleihst deinem Ziel Attraktivität. So gewinnt es an Anziehungskraft und wird dadurch gleichzeitig auch zugänglicher für dich selbst. Nun wirst du es unbedingt erreichen. Nun bist du motiviert. Und so macht Veränderung Spaß. Nichts hält dich mehr zurück, da alle Negativassoziationen aus der Zielsetzung verschwunden sind und auf einer Skala von 0 bis 100 der positiven Assoziationen findest du dich mindestens bei 70%. Fein. Wenn du es parallel an deinem eigenen Beispiel nachvollzogen hast, spürst du vielleicht sogar schon die Motivation, die sich damit einstellt. Mit dieser Motivation entsteht innere Sinnstiftung und Klarheit. So wird das Ziel des Projektes auch zu deinem Ziel. Und damit entsteht Leichtigkeit. Fassen wir die Doppelfolge kurz zusammen. Souveränität aus Teil 1 und Leichtigkeit aus Teil 2. Das macht Gelassenheit aus. Und so stehen auch deine Chancen auf einen gesunden Umgang mit Dauerstress und eine Basisresilienz gegenüber unerwarteten Stressspitzen wesentlich günstiger. Und das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Projekte erfolgreich durchführen und zum Abschluss bringen kannst. Wenn das alles nichts nützt, stellt sich trotz aller Bemühungen partout keine Souveränität, keine Leichtigkeit, keine Gelassenheit ein, dann spring zurück zu Riemanns Handlungsoption Nummer 1. Erkennend distanzieren. Denn dann ist die Situation, in die du geraten bist, definitiv nicht gesund. Dann ist es wahrscheinlich echt Zeit für eine berufliche Neuausrichtung, eine Neuorientierung, einen Jobwechsel. Oft tun wir uns mit dem Schritt jedoch reichlich schwer und laufen zudem Gefahr, in dieselben Muster zurückzufallen. Daher lautet meine Kernbotschaft dieser Folge, nutze die Affektbilanz, um zu überprüfen, was sind deine Ziele und wie kannst du ganz konkret Einfluss auf deine aktuelle Situation nehmen und Motivation finden. Denn kannst du mit den Projektzielen auch gleichzeitig deine ganz eigenen Ziele verfolgen und in Einklang bringen, wirst du wachsen und der Erfolg wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch einstellen und dann für dich sprechen. Und Erfolg im Projekt, in dem du Leichtigkeit und Souveränität versprühst, das wünsche ich dir aus tiefstem Herzen. Dafür produziere ich diesen Podcast hier und hoffe mit der Doppelfolge einen Teil zu deinem Erfolg beitragen zu können. Lass mich gerne wissen, ob und wie gut das bei dir funktioniert. Über Feedback auf diese beiden Folgen hier würde ich mich ganz besonders freuen. Was sind also deine Manana-Kompetenzen, mit denen du deine Batterien wieder auffüllst? Wie ist es dir und deinem Team gelungen, attraktive Ziele zu formulieren und zu verfolgen, bei denen Motivation nicht zum limitierenden Faktor wird? Ich bin gespannt und sage für den Moment recht herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein unersättliches Interesse mit diesem Podcast, etwas für dein Projekt zu lernen, mitzunehmen und zu brillieren. In diesem Sinne viel Erfolg, viel Spaß und reichlich Energie auf dem Weg dahin, dir und deinem Team. Und damit auf zur Brillanz! Bis zum nächsten Mal.